Was geht ab, Freunde? Jetzt kommt ein weiteres Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder Rewards, ja, Freunde, und auch Weg zum Ruhm-Pack, was es letzte Woche gab. Und auch mein Player-Pick, also Prime- oder Moments-Player-Pick, war auch sehr, sehr krank. Und natürlich mal von den Swaps mein Prime- oder Moments-Pack. Ja, das gibt's auch in dem Video zu sehen. Richtig kranke Karten gezogen, oh mein Gott. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und Rewards sind natürlich auch dabei. Let's go, viel Spaß. So, Digga, let's go. Welcome to Harvard's, Digga. Oh, kein Saccharia, kein Delikt, weil ich sie schon habe. Let's go, gib mir etwas Gutes. Italien? Oh, Berratti. Ist okay, ist okay, ist cool. Okay, bevor du... But you can chain with a ring No, no, no And I ain't no price high No, no For a mile and I I've got a rebel soul Yeah I've got a rebel soul Oh, geil, Nasenbluten sieht man mir glaube ich gerade nicht an. Ich mache ab Nasenbluten Öffne gerade bei Benji Aber Henri, Digga, krass Oh, Ries, krass So, Freunde, dann seht ihr, wir haben ein Prime Also Spielerwahl 1-3 Prime oder Moments Pack Oh mein Gott, ich hoffe, es kommt was Geiles raus Wir machen ein R3 Pack So, ich mache groß und Let's go Wakali, der ist drin Und wer ist noch drin So, 3 Let's go Bitte gehen Bitte gehen Bitte gehen Bitte gehen Bitte gehen Bitte gehen Wieder blau Aber ich überspringe einfach Die Packs waren halt scheiße Die Packs waren halt richtig scheiße